halli hallo meine lieben und herzlich willkommen zurück so tell me why so das stand jetzt für euch nahe das puzzle an der tür wir können aber auch noch so miteinander reden und wir hatten schon er ist stock besoffen und stand jetzt euch nah jetzt machen wir das puzzle an ihrer tür so und dann wir sollten gehen also besoffen ist der kleine hilfe ich habe noch mehr fragen habe ich nie haben haben wir die denn was haben wir denn noch die habe ich schon gefragt ist nichts mehr da also doch wir sollten gehen so besoffen ist ja keine hilfe so he's too wasted to be of any more help i'll tell him to get a move on then well we've got a supply run to make and uncle eddie's expecting a visit so all right yeah of course get going you two um Sam we all got to get going oh of course course yeah got lost to do myself I lots of to do's on old Sam's list and you don't want to keep Brown waiting you know thanks for looking out for this place happy to do it I don't hesitate to reach out if you need anything 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 at all you hear yeah yeah Uh, Sam? Huh? The keys? Oh, yeah, of course. Of course, yeah, they're yours. I, uh, uh, this place, it meant a lot to your mother. It almost felt like it was a part of her, and it's like some part of her is alive here still. Hopefully the house doesn't turn out to be a murderous psycho that tries to kill us in our sleep, huh? Uh, yeah. Well, uh, take care of yourself, uh, both of you. Hey, so, we really do have a lot to do. Okay, go on, I'll be right behind you. Okay, so, we'll see you soon. Untertitelung des ZDF, 2020 Ist das vielleicht dieser Michael? Wen spielen wir? Oh, jetzt spielen wir Ellie! Wir spielen Ellie! Ja, endlich! Stimmt, das ist Michael! Oh, Fußabdrücke machen! Ja, eben schnell! Oh, ich liebe das! Oh, ist das so geil! Ich finde das so geil! Oh, da muss ich auch! Oh, dieses Knatschen, ne? Oh, das ist so toll! Okay, genug gespielt! Das ist so geil! Also, du bist hier, um ein paar Sachen für die Hausfrau? Ja, wir haben entschieden, es wäre es am einfachsten, wenn wir da draußen stehen. Wir werden es schnell verleihen, wenn wir es nicht ausgehen können. Hey, ich bin all für Efficienz. Ich kann nicht warten, um uns rauszukommen. Was ist das? Vielleicht ziehen wir, ähm, er will auch umziehen, ähm, vielleicht ziehen wir zusammen, oh! Hm, vielleicht ziehen wir zusammen. Ja, komm! Um, Michael ist moving to Juno, too. Wir waren über den Räumen. Oh, okay. Thinking about it? You better not be backing out on me. The only thing that gets me up some mornings is marking one more day off the calendar. Don't worry, she won't. We'll get the house sold, and you guys can move on. There could be room for you, too. For sure. The more Ronin's, the merrier. I'm studying to be a chef, so, uh, you know it'll be good eating. And hey, I only snore during allergy season. And baseball. How can I say no to that? You okay? Dead on my feet, girl. Got up at four to fish before work. It's been a day. Oh, you like to fish? Yeah, there's this spot called Buzzard Hole I go to at least twice a week. It's like an hour drive, but it's so chill. Especially first thing in the morning. Shut up! I used to go there all the time. For real? Yeah! Hey, well, if you want to go sometime, holler at me. I don't mind sharing. Cool. Most guys I know get all Smeagol about their fishing spots. Oh, look at you two. Bonding over the most slow and boring way to kill an animal. She's just jealous because she couldn't catch a fish. Even if she filled the lake with cyanide first. Ugh, never mind. Tyler, we better get started with our shopping. Yeah, I'll be around if you need anything. Mm-hmm. Okay. Firewood. Hier ist nichts. Schade. Wahrscheinlich rübergehen kann ich wahrscheinlich auch nicht. Nee. Wird mir direkt gesperrt. The future mayor of Delos Crossing. Tom Vecchi? Yep. Ach, Vecchi will das auch. He owns the only store in Delos Crossing and he's chummy with the old boys club. Uh, I guess. He never really struck me as having ideas. And he's not exactly charismatic. Das wird Vecchi ausgesprochen. Ja, gut, dass ich's jetzt weiß. Hier ist ne Erinnerung. Easy, easy, my hungry Goblins. Ich hab noch ne Erinnerung. Hey, Ollie! Look! I'm the ruler of this kingdom. Get it? Because it's a dome? You're gonna fall, stupid. That was funny. I can't believe you didn't laugh. That was hilarious. Not as funny as you getting all pouty when I didn't laugh at your jokes. I love beating you. It was my favorite thing. Oh, ich kann hier rein. Ne, ich kann hier nicht rein. Das war mir aber so klar. Aber ich find's cool, dass wir so betreten können, die Treppe. So, was haben wir hier noch? Steht hier noch irgendwas dran? Tessas Café. Ach, die Tessa, der gehört das Café hier. Tagsgericht Lachs. Frühlingsrollen mit in Knoblauch gebratenem Reis. Oh mein Gott, ich krieg Hunger. Oh, das hätte ich jetzt nicht lesen dürfen. Und Bibinka-Stück, Bibinka-Stück, Bibinka, Bibinka, Bibinka. Was ist das? Ist das auch ein Fisch? Bibinka? Kenn ich jetzt nicht so, aber... Ein Totem. Oder, ja. Ne? Tote. Da können wir wieder viel ansehen. Die Bistar. Na, das mag ich gar nicht. Ich wollte das. Ja, könnt ihr euch jetzt hier direkt unterschreiben, oder nicht? Wo müssen wir denn rein? Hier? Ne. Ist wahrscheinlich hier Privates. Hier? Okay, dann da vorne. Warum so viele Eingänge? Uh! Ist das jetzt doch kein... Hm. Well, hello, Miss Ronin. Did you forget something in the office? No, just doing some shopping. You remember my brother, Tyler? Your brother? Oh, right, Tyler. What a pleasant surprise. Didn't Allison tell you I'd be by today? Yes, I think she did. I just didn't expect to see such a... dapper young man. Hm. Well, I did shower this morning. Did you just get back into town, or...? More or less. We've been working out at the old house. But, surprise, surprise. After ten years of sitting empty, it was missing a few things. Hence the supply run. Ah, right. Well, we'll get you set right up. It must be nice to be home. Uh, I'm not sure nice is the word for it. Oh, of course. I assume being there feels... complicated. That's one way to describe it. Well, don't let me keep you any longer. I'll be here if you need anything. Oh, hey, is Tessa around today? Um, the wife's not in at the moment. I'm sure she'll be around later, though. Mhm, mhm, mhm. Sie arbeitet hier. Okay, so we need candles and an all-purpose cleaner. Plus snacks and drinks. Ja. Oh, ich krieg auch Hunger. Ich hab auch Hunger. Was ist denn hier? Ansprechen nochmal. Wie läuft das Geschäft? How's business? Oh, a little light on customers. But that's given us time to finish up the inventory. I think we might close early. Maybe catch the final of Survival on Ice live. Don't tell Tessa, but I'm rooting for Butch. She thinks he's too cutthroat. I say that's the game. You tried that new chocolate bar we got in last week? Oh, no. Not yet. I didn't think I'd like it. Habanero and chocolate. But it's not bad. What do they think up next, huh? Wie läuft der Wahlkampf? What's next on the campaign trail? A rally down at the harbor. The fishermen are getting pretty fed up with business as usual. I've got some ideas about how to keep the fish populations up, but also put food on the table. Grab some flyers. Help spread the word. Äh, wie geht es Ihnen? How's it going, Tom? Great. The campaigns prospects have got me completely energized. Was sagen Sie zum Wetter? Was für riesige Kürbisse. Was, ja. Was für riesige Kürbisse. Pumpkins get bigger every year. Well, you know, our produce vendor has won several ribbons at the Alaska State Fair. I heard she spent a thousand dollars on her starter seeds. Can you imagine? So, how's the day off going? Well, the tie's here, so. Hard to complain. Good for you. Family's important. Hmm. Dann reden wir später. Okay. I'll talk to you later. That pumpkin's huge. Was haben wir denn da noch? Ansehen. Aren't you running for more gun control? My platform calls for sensible regulations, but folks around here need guns for safety. And as you know, we run extensive background checks before each and every sale. Hmm. Da war doch dann eine bekanntliche Menge stehen, wa? Ah, dann ist hier wahrscheinlich der Laden und daneben an, das ist wahrscheinlich das Café. Okay, gut. Nimm die Duftkerzen, nimm die billigen. Nimm die billigen. All we need is a light source. Let's not go crazy with the sense. Maybe say so. You think you can take a picture of this? Look, all the good fishing spots are marked. Ich hab mein Handy vergessen. Vielleicht später. So, ich mach jetzt hier erstmal fertig für euch. Ich hab' jetzt hier erstmal fertig für euch. Äh, noch was? Nee. Ähm, hier. Die Soda ist doch schnett. Wo hat sie sich die jetzt hingesteckt? Guck mal, hier kannst du dir. Was ist das? Was kann man sich da fertig machen? Müsli? Äpfel? Ja. Der ist wirklich riesig, ey. Äpfel? Mit du? Ich hab' chan-schraubst. Äpfel? Ich hab' glän-schraubst. Äpfel? Ja, die sind ja so, ich blöde. Ich hab' geingelt. Äpfel? Äpfel? Hä? Aber ich kann nicht zu den Keksen. Oder sind das hier oben auch... Ach nee. So war das jetzt. Ich weiß nicht, wie ich jetzt auf Kekse gekommen bin. Süßes, ja klar, aber... Ja gut, anstatt von Dingens... Weil ich die Kekse wahrscheinlich da unten gesehen habe. Ich hätte eher jetzt die Chips genommen, aber okay. Könnte ich auch vernünftiges zu essen nehmen? Ja, ich sah es. Ich dachte, Tom might have retired him by now. Are you kidding? Er never miss a chance to tell customers he won a Trout Derby. It was a 12-pounder! Hallo? Ich kann hier nicht. Ganz schön chaotisch hier. Ich warte nur auf Tyler. Es scheint ihm gut zu gehen. Wir haben etwas gefunden. Es ist nur blöd, dorthin zurückzugehen. Wir haben etwas gefunden. Wir haben ein paar Sachen in Marianne gefunden. Das hat uns wirklich für einen Weg gefunden. Willst du darüber sprechen? Ich will, aber nicht hier. Und ich glaube, es könnte auch nicht meine Geschichte sein. Aber vielleicht können wir alle von uns später zusammenhören. Und du kannst die ganze messige Geschichte bekommen. Okay. Ich werde hier sein, wenn du mich brauchst. Ich kann aber auch die anderen Leute verstehen. Das ist so... Er ist wahrscheinlich der einzige Transgender in der Stadt. Und Juno... Wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Das ist so ein abgelegenes Dörfchen, sag ich jetzt mal. Und da sind die Leute halt nicht so... Wie halt in der Stadt. Das liegt aber teilweise halt eher daran, dass... Weil viele kennen sich. Sie leben eher unter sich. Und ja, es ist halt selten für die. Deswegen ist das immer da so ein Ding. Ich kann es ein bisschen verstehen. Aber er geht damit sehr locker um. Was? Nehmen. Für alle Oberflächen. Für alle Oberflächen. Allzeckreiniger. Den nehmen wir. Da kommt ein Auto. Tessa. Long time no see. Oh my god. You look like a completely different person. Es me. Plus beard. Yes. So we were out at the old house today. Heavens, why would you go there? Surprised it's even still standing. We found some stuff in Marianne's room that took us by surprise. Oh really? We want to ask you some questions about her. You're the only person who might have known Marianne better than us. I don't know about that. It's been a decade, kids. I know. But I need to ask. What is it? Did she ever talk about me being a boy? No. It never came up. I found out much later, just like everybody else. Marianne was obviously concerned. She really didn't confide in you at all? Your mother was intensely private. She didn't need anyone else and she made that clear. But this was about Tyler. She was always willing to ask for help when it came to us. Not at the end. Look, I have a lot on my plate today. I'm sorry. My advice to you would be to try to move on. It's not that easy. What happened that night? You can't understand something like that. But it was God's plan. That's all we can know. I need to go now. Best of luck to you, truly. What the hell was that? I told you she wouldn't talk. It's like she's got CIA training. Something's weird here. It's weird, right? Yeah. Sie weiß was. I feel it too. It's like something's on the tip of my tongue. Sie weiß aber auch was. Haben wir jetzt bezahlt oder nicht? Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Soll ich jetzt mit ihm reden oder? Ich sehe in Erinnerung. Hey, guys. You all done yet? Yeah, Mom. Can we go outside while you and Tessa play cards? I'm afraid there's no time for games today, sweetie. Now let's go. Marianne? Can you come here? Sorry, Tessa. I'm in a bit of a hurry. Oh, what's your excuse this time? Emergency repairs for the Beaver Dam? Tessa, look. No, I don't want to hear it. I want to talk to you now. Or do I need to start calling in your debts? I'd completely forgotten about that. I remember it. But not exactly like that. Here, let's see if we can call up my version. Okay? Okay. Okay. Mom, can we go outside while you and Tessa play cards? No, there's no time for games today. Marianne? Can we talk? Nein, wir können nicht. Just leave the groceries, kids. Let's go. Don't. Please, let's just talk for a few minutes. Okay? Hmm. Okay, we remember that slightly differently. I guess that makes sense. Rashomon, you know? But whatever happened, after that, they walked to the counter, and then Marianne lashed out at Tessa, right? Uh, no. Marianne defended us, because Tessa got all preachy. Which is it going to be? Puh, gute Frage, ey. Alisons Erinnerungen wählen. Oh mein Gott, ey, was ist denn das? Alisons Erinnerungen? Oder? Tylers Erinnerungen wählen. Marianne war wütend, oder Tessa war wütend. Ich denke, Tessa war wütend. Ich bin ihm die... Ich bin ihm die, 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 die lieben. Der Herr hat die, 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 die lieben. Du bist schade, diese Kinder, Marianne. Judge mich all you want, aber nicht spew das Hate über meine Kinder. Spew Hate? Ich versuche, zu sein, zu sein, deine Freundin. Sie brauchen eine firm, die Hand zu helfen. Und du... Oh mein Gott. Du eigentlich denkst, dass du ein Freund bist? Sie sprechen über meine Kinder? Ja. Vielleicht finden Sie das schwer zu glauben, aber Freunde sind nicht nur für LONS, Marianne. Du wirklich willst in das? Okay. Los geht's. Ich werde gleich zurück, Kinder. Du bleibst da, okay? Was ist mit dir? Ich wünsche mir, dass ich mich auf das. Ich glaube nicht, Tessa war so schwer. Du kennst sie nicht. Und egal ob die Dinge, als sie in der Office waren, sie beide gingen an. Was glaubst du sie über? Ich? Ich weiß nicht. Es war schwer zu hören über die Musik. Aber hey, jetzt wissen wir, sie war zu uns, wir fragen uns. Ich muss jetzt sowieso Schluss machen. Ich sage dann mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.